Das Rennen ist ziemlich schnell so weit gegangen. Kommisch gestartet, schon auf der Knie gerade. Ich bin gut reinkommen. Nach dem Umstellen vom Rhythmus habe ich 2-3 Mal gedäbelt. Ich habe die Knie angeschlagen. Das hilft für mich. Es ist nicht so flüssig, wie es jetzt soll sein. Als heute aber eher um den Platz gegangen ist, bin ich sehr zufrieden mit Platz 3. Ich habe einen Melderan gut gemacht. Von daher soll die Leiche erfüllt. Die Zeit ist nicht nebensächlich, aber die Form wird stimmen. Von daher bin ich zufrieden mit meiner Leistung. Ich freue mich auf die Staple. Dort reissen wir nochmal.